wunderschönen guten morgen so haben wir irgendwas mehr wir können wieder nichts neues machen so ein nebliger tag okay hier braucht man eine noch und hier braucht man rosenquartz das dauert auf jeden fall noch so hier macht man noch sechs stück hier macht man 14 macht man nicht sieben stück gut so das heißt wir müssen gießen die kann man wieder ernten und gießen die sind noch nicht die sind heute aber jawohl rotkohl wunderbar so da wollen wir hier dann weitermachen haben wir die sachen gleich rein so rotkohl da haben wir nur drei vier stück so alles andere heute würde ich tatsächlich gerne fischen was das zeug hält ja dass man das dem versand auftrag nicht wieder abbrechen müssen oder nicht vollständig kriegen so dann wird hier gegossen und ich muss korallen sammeln damit ich endlich wieder selbst meinen dünger herstellen kann das ist auch wichtig so die können wir verarbeiten so da haben wir erst elf also ich meine das dauert alles da geht nichts da verarbeiten wir die eier einfach einfach nur damit man die darf ich nicht machen dass man geld generieren so was ist das sind wir haben jetzt aktiv einen braucht man auch das heißt zwölf blödsinn okay da brauchen wir noch einige da brauchen wir noch einige so wir gehen rein machen schnell die tiere und prinzipiell holz würde ich auch wieder bislang brauchen so herstellen herstellen so was ist das blitztranken kann man fertigen ja alles andere braucht man im grunde jetzt hat nicht so deine wolle wolle kann man eigentlich dann auch herstellen also weiterverarbeiten und verkaufen wenn es richtig wäre so deine noch dann gehen wir hier gleich rüber weiter so gut dann lassen wir euch noch raus ich weiß nicht ob ihr gern draußen seit bei nebel aber ich lasse euch dennoch raus so das klopfen wir nieder so habe ich jetzt die anderen unten auch raus gelassen wahrscheinlich nicht habe ich ihn noch den einen so hier drin machen wir drei machen wir drei so dann haben wir blumenkohl und hier drüben rotkohl und blumenkohl dann können wir wieder düngen die müssen wir gießen passt und dann runter am besten zum meer und eventuell die gießkanne wäre nicht schlecht oder wenn wir die aufwerten würden das zu hause wäre auch nicht schlecht ich muss wieder mehr essen machen zum verkaufen drei haben wir noch sieben tage haben wir noch deshalb müssen wir fischen 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 so du bist der erste so ist brav auf einmal er lässt mich einfach oh hi ähm ne das wollte ich nicht das ist aber nur ein freundes ding ne das ist jetzt ja ne für das haben wir jetzt keine zeit die korallen nehmen wir wieder mit so und die angel haben wir aus hier ne ne wirst du wohl hier bleiben sag mal sag mal ja so haben wir hier fischi da habe ich ein fischi gesehen er dreht im kreis oh jetzt eine sardine da haben wir auch noch einen großen fischi so ist sonst hier haben wir noch einen fisch was machst du denn so raus mit dir nein zu mir die sardinen sind irgendwie immer nervös die schwimmen immer im kreis das ist ja gut How's that? Nein. Da tret' ich um. Hier ist nichts. Aber hier ist ein Arsch. Da tret' ich um. Dann bist du nämlich gleich noch der Nächste. Wir brauchen so viel Fischfilet wie es nur geht. Dann schauen wir auf jeden Fall rüber aufs Meer. Dann haben wir jetzt alles in Ferit. Das ist sehr, sehr cool. So. Nein. Nein. Wieso sieht mich der nicht? Jetzt. Oh, irgendwie sind da keine Fische. Okay, da ist wieder einer. Der will nicht. Das werden wir da gleich noch sagen, ob du willst oder nicht. So, dreh dich um. Ah. Sehr schön. Okay, dann haben wir das. Oh, die Zeifenblasenblasenblasen. So, die nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. So, Holz brauchen wir. Nehmen wir auch mit. Dann haben wir da im Wald oben. Wo komme ich da eigentlich jetzt hin? Oh, der Rucksack ist voll. Verdammt. Oh. Wir sind hier zu Hause. Warte. Ne. Ne. So. Ähm. So. Dann kann ich das wenigstens noch alles einsammeln. Okay. Auf jeden Fall muss ich schauen, dass ich wieder ein bisschen Geld zusammenfarme. Deshalb werden wir jetzt hier erstmal einen Dünger machen. Dann die Fische müssen wir verarbeiten. Dann hier drinnen machen wir so. Das sammeln wir ein. Hier brauchen wir einen Kältetee. Hoppla. Und hier drinnen bearbeiten wir das jetzt einfach. So. Dann. Machen wir mal so. Dann schauen wir noch, ob hinten Fische sind. Mit. So. Da drinnen wir mit. Ja, unten ist auf jeden Fall auch Einer drin Dachte ich schon, ich fall runter Zahron, komm Sehr schön Dann Dann können wir die Sachen mal runter geben zum verkaufen Weil wir sowieso hier hin wollen Dann können wir gleich noch die Fisches mitnehmen, so Eine Regenbogenforelle, dann ist hier auch noch einer Na komm Level 7 So So, ist auch unser Warte Wir verkaufen schnell Ähm, die können wir noch raufschmeißen Die sind halt nicht viel was wert 40 25 33 Weg damit, egal So, wir brauchen das Geld So, und dann können wir eigentlich eh schon wieder nach Hause gehen Die Fische gehören auf jeden Fall noch verarbeitet Ähm, ja, 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 ja So, und weitergemacht So Dünger eingesammelt Dann hier noch schnell düngen Und dann Wunderbar Und wir gehen schlafen So, dann Dankeschön Gute Nacht und bis morgen Dünger 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 Dünger